Liebe Mutter Gottes, hilf mir die Menschen zu bekehren. Die Mutter Gottes würde Ihnen sicher helfen, dass Sie Ihr Leben ändern können, dass Sie die Kraft haben, endlich da Konsequenzen zu geben. Wir wollen unser Leben nicht ändern, wir sind zufrieden. Aber Sie leben in Sünde, begreifen Sie das nicht. Und was für Sünde? Wer bestimmt ist? Wir können nicht ohne Sakrament der Ehe glücklich zusammenleben. Wer bestimmt, was Sünde ist? Gott bestimmt ist. Nein. Oh Gott, Gott. Der hat aber viel zum tun, der Gott. Der Gott hat viel zum tun, das stimmt. Gott hat unseren freien Willen gegeben. Genau. Und in den freien Willen können wir uns entscheiden, was gut und was böse ist. Und vorher geht das nicht um Böse, es entscheidet. Gott. Aber was ich fürs Gute oder fürs Böse entscheide, das entscheidet der Mensch. Solange ich mich nach die 10 Gebote richte, nach die 10 Gebote, ist alles das Besten. Ich bring niemanden um, ich tu niemanden bestellen, ich tu niemanden betrügen. Was ist denn das 6. Gebot? Das ist ein Blödsinn, das stammt aus einer Zeit, wo die Menschheit 2 Millionen... Jetzt hatten die 10 Gebote auf einmal nicht mehr. 2 Millionen Menschen waren auf der Welt damals zu der Zeit. 2 Millionen. Jetzt haben wir sie vermehrt. In den nächsten Jahren sind wir bald 8 Milliarden. Ja. Und was sagt das drauf? Dass wir eine Geburtenbeschränkung brauchen, nicht bei jedem Verkehr. Man soll nicht Unkonscheid treiben. Was für Unkonscheid? Und man soll nicht Ehebrechen und sie tun dauernd Ehebrechen. Ehebrechen? Nein, Ehebrechen ist auch noch nicht. Versteht ihr? Das wissen Sie nicht. Wenn man den ersten Partner verlässt und mit wem anderen zusammenlebt, dann ist das ein permanenter Ehebrechen. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Natürlich. Das ist Ihre persönliche Anschauung, aber nicht meine. Nein. Das ist Gottes Gesetz. Das sind die 10 Gebote. Nein, das ist Gottes Gesetz. Nur wenn der bereut, der Sünder. Nein. Die Sünden, das ist lachhaft, was Sie jetzt da bringen. Das ist lachhaft? Ja, das ist lachhaft. Sie beleidigen Gott. Die Sünden, die dürfen nicht beleidigen. Wer ist Gott? Wenn Sie sagen, dass Sünden lachhaft sind, dann ist das sehr beleidigend. Wer ist Gott? Nein. Gott hat sich für unsere Sünden geopfert, kreuzigen gelassen. Wer sagt das? Weil wir Sünden haben. Weil wir alle Sünden sind lachhaft. Das ist lachhaft. Ja. Genau für sie hat er sich nachgedacht. Ein Boss? Geiselgelassen. Warum hat er das gemacht? Nein, wirklich nicht. Für Ihre Sünden, bitte. Wie meine Sünden? Er hat uns in die Welt geschaffen. Ganz persönliche Sünden. Er hat uns geschaffen. Er hat uns geschaffen. Ja.